Nummer 5 Der Electrolux Easy Go ist ein sparsamer Staubsauger, perfekt für alle, die ein Qualitätsprodukt suchen, ohne ein Vermögen auszugeben. Mit einem 650 Watt Motor hat dieses Gerät eine einstellbare Leistung, um verschiedenen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Der Staubsaugerbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Litern bietet großen Komfort, da er nicht häufig geleert werden muss. Darüber hinaus ist das Filtersystem effizient und garantiert eine gründliche Reinigung. Der Staubsauger ist außerdem leicht und dank seiner großen, weichen Gummireder einfach zu manövrieren. Der Filter ist jedoch kein HEPA-Filter, sodass er für Allergiker möglicherweise nicht geeignet ist. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Der Rowenta Power XXL ist ein sparsamer Staubsauger, der hohe Leistung und gute Saugqualität bietet. Mit einer regulierbaren Leistung von bis zu 900 Watt und einem hygienisch verschließbaren Beutel ist er perfekt für eine effiziente und hygienische Reinigung. Es ist jedoch zu beachten, dass er nicht für Teppiche und Läufer geeignet ist. Sein detailliertes technisches Datenblatt macht ihn zu einem zuverlässigen und vollständigen Produkt mit nützlichem Zubehör für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit einer Durchschnittsnote von 8,1 erhielt er positive Bewertungen für Verbrauch und Leistung, Tanktechnologie und Filtration. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3 Der Hoover RC50 Paar Staubsauger ist eine sparsame und effiziente Wahl für die Haushaltsreinigung. Mit seiner 550 Watt Dauerleistung entfernt er mühelos Schmutz selbst auf Teppichen. Außerdem hat er einen niedrigen Energieverbrauch und ein großzügiges Tankvolumen von 2 Litern. Die intelligente Düse am Griff ist eine clevere Ergänzung, die die Reinigung noch bequemer macht. Mit einem Geräuschbegel von nur 75 Dezibel wird die Reinigung für niemanden mehr lästig sein. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2 Der Roventa Swift Power Cyclonic ist ein sparsamer und leistungsstarker Staubsauger. Mit einem 750 Watt Motor und einer Kombidüse bietet dieses Produkt eine gute Saugleistung und eine hervorragende Filterung dank des beutellosen Monozyklonsystems und des HEPA-13 Filters. Außerdem ermöglicht die motorisierte Polsterdüse die Reinigung selbst der empfindlichsten Oberflächen. Der Schwachpunkt dieses Staubsaugers ist jedoch seine feste Leistung, die es nicht erlaubt, ihn an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Trotzdem ist die Ausstattung mit einem 5 Metern langen Kabel und einem Aktionsradius von 7,6 Metern sehr umfangreich. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Der Hoover RC81 RC25 Reactive Staubsauger ist die perfekte Wahl für alle, die ein wirtschaftliches und leistungsstarkes Produkt suchen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 800 Watt Motor und einer Parkettbürste garantiert er eine gute Saugleistung auf jeder Art von Oberfläche. Der 2 Liter Tank und die zahlreichen Zubehöraufsätze machen ihn vielseitig und für alle Reinigungsanforderungen geeignet. Sein Schwachpunkt ist jedoch die eher geringe Filterleistung. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Und dann können Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.